Naja, also zur Marke passen. Also das Gute ist ja, dass die meisten Video-Communities, die meisten Videoportale und Social-Communities, die sind ja hochgradig frequentiert von genau der Zielgruppe, die wir auch im TV, in unserem Kerngeschäft eigentlich ansprechen. Von daher ist uns eigentlich jetzt noch nie so richtig der Fall untergekommen, dass wir gesagt haben, naja, das passt markenmäßig ja gar nicht. Also das ist nicht wirklich das Kriterium. Was für uns interessant ist, ist einerseits natürlich die Reichweite, die ein Partner liefern kann. Das ist natürlich, je größer der Partner ist, desto interessanter. Und dann spielt natürlich auch die Rolle, sozusagen, welche Wertigkeit spielen wir für den Partner, was sich am Ende des Tages reflektiert in A, den Promotion-Flächen, die wir garantiert kriegen, respektive das Geschäftsmodell, auch das wir uns dann mit dem Partner verständigen müssen. Und wenn da, ich sage jetzt mal, bestimmte wirtschaftliche Bedingungen für uns passen, dann wird man sehr schnell zueinander finden. Das ist, glaube ich, eher eine Frage für das ZDF. Nein, ernsthaft, die Nutzer des ZDFs im Fernsehen sind älter, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen. Nö, Sie werden noch älter. Bitte? Die ARD ist noch älter, oder? Nein, Sie werden auch älter. Sie werden auch älter, ja, ich auch. Nein, ich bin ja ein öffentlich-rechtlicher Gucker. Aber darum geht es eigentlich eher für das ZDF. Natürlich ist auch die Nutzerschaft von Zeit im Verhältnis zum ZDF zwar jünger, aber im Verhältnis zum MySpace oder MTV ist auch das eine alte Zielgruppe. Das heißt, das ZDF muss sich schon sehr genau überlegen, passt es zur Marke wie die Zeit, passt sicher, super, ist aber eher auch alt, tendenziell. Ist natürlich eine jüngere Zielgruppe, als das ZDF selber hat, aber im Netz ist es keine junge Zielgruppe. Und da muss man sicherlich auf ZDF-Seiten, ich nehme an, das werden Sie tun, auch schon mal drüber nachdenken, wo schlage ich denn meinen Flock noch in der jüngeren Zielgruppe ein? Ja, haben Sie völlig recht. Deswegen ist das Netz natürlich für uns auch nicht nur eine Plattform, auf der man irgendwas schiebt, was man ohnehin schon im Ofen gebacken und dann rausgeholt hat, sondern die Plattformen sind Ansporn auch für neue Formate, neue Formatentwicklung. Ein Beispiel, vielleicht haben Sie das gelesen. Wir haben mit einer kanadischen Firma zusammen ein Rechte abgekauft, das heißt dort in Kanada heißt es für die Bundestagswahlen, the next, the great leader, ist natürlich für die deutsche Gesellschaft nur nicht gerade der richtige Titel. Ja, aber dafür können wir ja nichts. Wir haben den auch nicht so übernommen. Das ist dann irgendwie rausgekommen, es ist nicht eine Form des Castings, sondern mal die Form, mal den Versuch zu machen, durch ein neues Format, jüngere Leute, durch die Art und Weise, wie sie diskutieren, wie sie sich engagieren, das in ein Format zu binden und in unser Fernsehprogramm zu binden. Ergebnis war, die Politik war entsetzt. Sie haben sich entschuldigt und geschämt für das zweite deutsche Fernsehen, nur an ein solches Format mal zu denken. Das ist ein Beweis dafür, dass wir es trotzdem tun müssen. Da sind wir auf dem richtigen Weg. Die Politik ist kein Maßstab für Publizistik, sondern, ich würde sagen, eher mit Vorsicht zu genießen, was wir Öffentlich-Rechte ja vor allem wissen. Und zum Zweiten ist es ein Beispiel dafür, dass solche Formate in den Massenmedien auch, im Fernsehen und im Netz wirklich notwendig sind. Sonst verlieren wir das Interesse junger Leute in der nächsten Zeit. Und das ist für uns ein Ansporn. Deswegen versuchen wir es auch. Wir sind auch für Kooperationen offen. Weil wir natürlich auch in den Redaktionen, wir haben nicht 19-Jährige, aber wir haben Kinderkanal und Ähnliches, da wächst schon einiges raus, aber das ist unser Anspruch. Frage an alle, ich fange gleich mal mit Herrn Neumann an. Wie sieht denn der digitale Medienkonsument der Zukunft aus? Okay, ich weiß das so ein bisschen. Die 100-Millionen-Euro-Frage. Ja. Also. Sie hatten es ja vorhin schon kurz angedeutet, dass die Mediennutzung, das wissen wir ja alle, sich auch jetzt schon sehr stark verändert hat. So ist es. Also ich wage keine Prognose darüber, wie das Netz in fünf Jahren aussieht. Das wäre, glaube ich, schon zu weit gegriffen. Ich wollte es ja auch nicht in die Bedrohle bringen. Aber definitiv ist wohl, und das, glaube ich, ist unstrittig, dass die klassischen Medien zurückgehen werden. Und in den USA wird schon an die Wand gepinnt, in zehn Jahren gibt es überhaupt gar keine Tageszeitungen mehr. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass auch die Tageszeitung diesen Sturm überleben wird. Trotzdem, klar, das Netz wird das beherrschende Medium werden, in jeder Form. Es wird weiter diversifiziert werden. Und ich glaube, am Ende gewinnt der den digitalen User in zehn Jahren, der am besten auf Suchanfragen reagieren kann. Denn das Netz ist nur zum Teil ein Unterhaltungsmedium, sondern es ist eben auch in weiten Teilen eben Suche. Hopfgottner. Ja, sehe ich grundsätzlich ähnlich. Also ich glaube, was klar ist, ist, dass sich die Nutzung von Internet noch stärker manifestieren wird. Es wird bis zum gewissen Grad wirklich zum Leitmedium werden. Man muss sich einfach vor Augen halten. Das Internet kann all das, was alle traditionellen Medien können. Man kann Fernsehen gucken, man kann Radio hören, man kann im Prinzip eine Zeitung lesen online. Das heißt, insofern kommt im Internet natürlich rein aufgrund der Technologie eine gewisse Vorreiterschaft zu. Nichtsdestotrotz ist es so, dass sozusagen trotz all der Unkenrufe, die wir hören, was traditionelles Fernsehen anbelangt beispielsweise, erfreuen wir uns aktuell über der höchsten Zuschauermarktanteile aller Zeiten mit unseren vier Sendern. Das heißt, ja, natürlich sehen wir gerade in der jugendlichen Zielgruppe ein leichtes, aber verglichen mit Print, wirklich nur ein leichtes Zurückgehen des Fernsehkonsums. Was wir aber auch wahrnehmen, ist der Medienkonsum insgesamt steigt. Das Medienzeitbudget, gerade in der jungen Zielgruppe, hat sich massiv erweitert. Das heißt, es ist nicht unbedingt nur sozusagen Substitution, sondern es ist auch wirklich Ergänzung. Sie sitzen zum Teil mit dem Laptop und gucken Fernsehen. Ja, so ist das. Herr Berger, wenn wir ein bisschen weiter gucken, wird der hohe Marktanteil von MTV vielleicht beuckeln, weil alle zu MySpace gehen? Also ich denke, dass es sich insgesamt noch stärker personalisieren wird. Also man wird nur noch das konsumieren auch können, weil es einfach so viel gibt, was man sich selber schon zurechtgelegt hat, was man auch konsumieren will. Also einer der Grundpfeiler von MySpace und allen Social Communities ist ja diese Personalisierung. Ich lade meine Videos auf mein Profil, meine Musik. Ich gehe zu YouTube, schaue mir meinen Kanal an und so weiter. Das ist eine sehr starke Personalisierung, heißt auch wieder, dass dadurch natürlich das Umfeld wegfällt. Es gibt eigentlich kein Umfeld mehr. Sie haben es gesagt, die 100 Sekunden wollen Sie in einem publizistischen Umfeld sehen bei der Zeit, was sicher richtig gedacht ist. Aber ich glaube, irgendwann wird es einfach kein Umfeld mehr geben, sondern es wird einfach nur noch diese einzelnen Beats and Pieces geben, die sich die einzelnen persönlichen Leute aus ihren persönlichen Vorlieben rausholen werden. Das Problem wird dann aber sein, wie adressiere ich diese Menschen und wie sage ich ihnen, übrigens, da gibt es noch etwas Neues, und letztlich, wie bringe ich auch die Werbung an sie, aber darüber, denke ich, sind wir auch schon einen ganz guten Schritt weiter, weil es ja sehr ausgeklügelte Methoden gibt, sowas zu tracken, was die Leute sich denn wirklich anschauen, entsprechende Targeting-Mechanismen daraus generieren. Aber ich denke, das Umfeld, das gibt es eigentlich nicht mehr. Und das ist dann im Grunde auch mit einem etwas weiteren Bogen, der schwankt zu der Eingangsfrage. Werden alle bei MySpace sein, nicht mehr bei MTV? Keine Ahnung, vielleicht werden sie auch nicht mehr bei MySpace sein. Vielleicht ist es auch total irrelevant, ob dann das alte Umfeld MTV heißt oder das alte Umfeld MySpace heißt. Wichtig ist, dass sie sich eben die 100 Sekunden anschauen oder vielleicht eben South Park. Aber wer weiß, wie wir das Umfeld anschauen.